Das Spiel muss doch endlich mal ein Ende haben, oder? Dann hoffen wir doch mal da drauf. U-Boot! Gut, hab's grad noch erwischt und da kommt Oleg. Eine riesige Flotte. Und dann sind die Schiffe und Fisch an mir. Und dann sind die Schiffe und Fisch an mir. Nein, da brauche ich jetzt ein schnelles Geschoss. Nein, das brauche ich. Oh Gott, zu viele Schiffe! Aber das ist jetzt gar nicht so oft getroffen, oder wie? Krass. Mine, Mine, Mine! Nein, die gute Mine, komm! Oh, es hat gar nichts gebracht, super! So, Spiel vorbei! Und bin ich schon wieder beim 10. Level, beim Endlevel praktisch? Mit 90 kann ich nichts kaufen. Schade. Und wie immer hoffen wir, dass das Fass einfach mal das Boot trifft. Wow, Tentakel! Riesige Tentakel! Toll, die haben jetzt alles schön versenkt. Also, die Fässer, nicht die Boote. Na? Kommt jetzt nichts mehr. Da muss man zum Teil schon vorher ein Fass werfen, damit es dann auch das Boot trifft. Oh Mist. Wer fährt das? Hey, sogar ganz gut. Bäm. Also Leute, ich hab die perfekte Taktik, einfach hier in der Mitte sein und Fässer abschießen. Darauf wär keiner gekommen, da wette ich mit euch. Oh Mann, das ist das Lame. Vorher noch voll die Schiff-Action und jetzt. Das war der Wahnsinn. Und wir haben einen neuen... Oh. Admiral Gunther. Entschuldigung. Also du siehst den Typ wohl, denkst du ja, das ist jetzt irgendein so krasser, irgendwie Bösewicht und dann Admiral Gunther. Entschuldigung, ich find das einfach nur cool. Also nix mit Bad irgendwas oder... Gunther. Typisch deutscher Name. Ja. Klasse. Find ich gut. Ab sofort ist für mich Admiral... Also jeder Gunther, ein Bösewicht. Dieser Kampf bringt Ruhm oder Untergang. Das ist ja toll. Das heißt... Wir... Das Zeichen hab ich auch immer gemacht, als ich in der 7F war. Cool, oder? Also... Eine 7 und ein F, ne? Das war so das... Ja, egal. Admiral Gunther. Wir müssen jetzt gegen dich kämpfen. Tschüss, tschüss... Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Boah, was ruggelt das denn jetzt so? Das ist nicht mehr zum aushalten, was ist denn da jetzt los? Mal Waffen wechseln und gucken, was da passiert. Na, da geht ja jetzt gar nichts mehr vorwärts. Und heiße ist mein Laptop auch nicht, mal gucken, was denn da schon wieder spinnt. Und wenigstens haben wir das erste Level super geschafft. Wir erinnern uns, Admiral Gunther, gefürchtet, müssen wir besiegen. Gucken wir mal, was wir... Oh, wir können uns wieder was kaufen. Ich mag die Verbesserung, zack. Sieht auch gigantisch aus. Cool. Wieso eigentlich die Stadt verbessern? Ich würde gerne so das Schiff aufbessern oder so, das wäre doch toll. Das würde mich freuen. Oh, allgemein hängt das Spiel jetzt voll krass. Was? Was ist da los? Kann man sich ja nicht mit angucken. Nee, das geht so nicht. Versuchen wir das Level einfach nochmal. Vielleicht läuft sie jetzt flüssiger? Ich hoffe doch mal. Das sieht schon mal gut aus. Ich weiß nicht. Hm? Was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich habe wahrscheinlich zu lange gebraucht, ja. Wie ich es gar gemeint habe, dass ich jetzt die nicht mehr treffen kann. Ja, und ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Muss ich ja fast. Wir brauchen noch viel zu viel Gold, das gibt es ja nicht. Ich hoffe, das kriege ich langsam. Jetzt sagen wir mal zusammen, 260, 380, 500 brauche ich insgesamt noch. Gold. Hm. Na ja, mal gucken, wann ich das zusammen kriege. Na ja, mal gucken. Na ja, mal gucken. Na ja, mal gucken. Na ja, mal gucken.